KC, sag mal, ob es heute regnen wird. Heute beträgt die Temperatur 27 Grad. Achso, ja, okay, dann brauche ich sie ja nicht. KC, sag mir, wo der nächste Sportplatz hier ist. Der nächste Sportplatz in deiner Nähe ist 1,2 Kilometer entfernt. Achso, cool. Ja, dann sag Martin Bescheid und schick ihn in den Standort. Sie haben eine neue Nachricht von Mike. KC, berechnet die schnellste Route zum Sportplatz. Schnellste Route zum Sportplatz wird berechnet. Schick Mike eine Nachricht, dass ich in 15 Minuten da bin. Okay. Sie haben eine neue Nachricht von Martin. Achso, Martin kommt gleich. Ja, KC, sag ihm Bescheid. Bis gleich. KC, zeig meine Vitalwerte. Sie sollten einen Schluck Wasser zu sich nehmen. Okay, dann trinke ich vorher noch einen Schluck Wasser. KC, ist jetzt alles fit? Ja. Okay, gut. Ja, komm, dann lass ich joggen gehen. Ja, okay, ich bringe kurz mal an. Achso, ja, okay, bis gleich. KC, wie viele Kalorien habe ich verbrannt? Sie haben 248 Kalorien verbrannt. Perfekt. Ja, ich kriege. Bis zum nächsten Mal. Schnell, wie viele Leute. Jetzt, ich kriege. Bis zum nächsten Mal.